Boah, ist das übel. Sei vorsichtig. Hab ihn. Okay. Okay. Sei vorsichtig. Ich sehe keine. Ich bin getroffen worden. Von wo? Ich hab keine Ahnung, keine Ahnung. Ich sehe gar nichts, wo denn? Irgendwo. Oh, was? Weißt du, wo der ist? Ah! Irgendjemand schießt aus dem Gang raus. Kannst du eine Granate reinwerfen? Nein, hab ihn. Ja, ich höre aber noch einen. Der ist weiter links, oder? Da ist echt noch einer. Ich hab noch einen gehört. Oben! Wo oben? Oben im Fenster. Zweites von rechts. Okay. Wir gehen Treppen hoch, ja. Müsste ihn haben. Nee, hab ihn nicht. Okay, ich bin oben. Das sind zwei, das sind zwei. Nein. Ich bin auf. Fuck! Wir gehen nicht alleine vor. Ich bin da nicht alleine. Oh! Scheiße, Alter. Ja, dann... Ich hab gesagt, ich geh rein. Ja, aber du kannst nicht reingehen, wenn noch welche da waren. Ich hab die... Dann doch! Ich hab den Kopf von denen gesehen. Ja, aber ich bin ja rein in den Raum. Irgendwo ist noch hier einer. Du hast gesagt, es waren zwei. Hast du den erwischt? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Komm jetzt rein. Er ist tot. Hab ihn erwischt. Okay. Okay. Bist du jetzt oben? Ja, ich war oben. Oben ist sauber. Okay. Ich schau unter der Tür durch. Okay. Da hockt einer noch auf dem Dach. Sonst seh ich hier keinen mehr. Es ist nur der eine auf dem Dach. Okay. Bereit? Ich mach auf, du musst schießen. Go! Ja. Da ist noch einer hinter der Kiste. Fuck. Hab ihn. Gut. Langsam, langsam, langsam. Oben hätte ich auch rauskommen können. Okay. Der hätte dich sofort erwischt hinter der Kiste. Okay. We're here tonight. Wir sprechen später. Seh keinen. Ich hab einen gehört. Hab einen gehört. Links. Wir sind da unten. Wir sind wahrscheinlich, hier ist eine zu, eine Tür. Copy. Ich check mal den Gang. Okay. Ich schau unten durch. Aha. Da ist ein Geschütz. Ach du Scheiße. Hier sind zwei Stück. Was? Oh, fuck. So hat der mich gesehen, der Drecksack. Okay, er ist down. Ich hab dir doch gesagt, da ist ein Geschütz. Die zwei anderen wissen, dass wir da sind. Oh, da war es noch einer. Fuck. Alter. Ja, genau um die Ecke. Weiter, weiter. Nee, ich geh nix weiter. Um die nächste Ecke. Okay. Der hockt hinter dem, hinter dem Automaten. Ja. Bleib, bleib. Nicht. Ah, du bist mir voll ins Feuer gerannt. Alles gut, er ist tot. Alles klar. Das sind erwischt auch. Okay. Ich schau noch mal, was die machen. Ich schau auch. Die zwei sind beide da hinten. Ich seh gar nichts. Kein Blickfeld. Okay. Aber ich mach... Hier ist es jetzt hier. Ach nee. Ich krieg nur hier. Ah. Höh! Der hat eine zweite Priorität. Der macht jetzt die Tür auf. Das ist eine Rolle gut. Wir sind reingegangen. Rein, 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 rein. Ja, 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 ich bin drin. Ja, ja, ich bin drin. Down. Die Tangos haben Barrikaden auf dem Platz davor errichtet. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Jungs stecken in der Klemme. Wir haben sie, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Oh, ich hab nichts gesehen. Weiter. Ah, da oben. Oben, oben. Oben, ja, sehen. Ich hab ihn angeschossen. Boah, unten auch. Komm wieder zurück, komm zurück. Oh, seine Granate. Fuck you. Der hat mich hier erwischt. Shit. Was? Boah, wer hat mich erwischt? Ja, du musst vorsichtig sein. Die sind richtig kacke. Ja, aber wer hat mich erwischt? Ich war doch in Deckung. Haben die durch den Müll einmal geschossen, oder was? Das sind... Hurra. Geht weg, geht weg. Das ist der Drecksack da oben. Haben wir den noch nicht erwischt? Er hat ihn erwischt, aber ich weiß jetzt, ob ich den erschossen habe. Nein, nein, er ist noch immer da oben. Der hat mich auch gekillt, der Drecksack. Hab ihn. Schießt durch die Wand, Bulle. Komm doch her. Mach langsam, mach langsam. Verdammt nochmal. Deine Munition ist alles Drecksack. Oh, what the fuck. Da kommen noch mehr. Da kommt noch mehr. Schick ich's mehr. Ja. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ah, ich bin tot. Die haben durch die Wände geschossen. Was? Ja. Okay. Du musst hinten bleiben, Jockey. Keine Chance sonst. Du triffst nur da hinten niemanden. Ja, aber erstmal checken, wo die sind. Okay, ich hab einen. Okay. What? Komm, Schaden. Das gibt's doch nicht. Der ist down. Der ist down. Ah, lass mich durch. Wo ist der? Der ist down. Ah, komm. Der ist auch down. Der ist noch einer. Irgendwo links hinten. Der ist ein Drecksack. Oh, die schießen da wieder durch. Oh. Das gibt's doch nicht. Warum töten die immer nur mich? Weil ich hinten bleib. Ich war hinter dir und bin gestorben. Nee, nee, du warst schon. Nein, ich war hinter dir. Das ist es ja gerade. Oh. Äh. Boah. Gleich, gleich, gleich. Fuck, fuck, fuck. Muss nachlassen. Scheiße, ich auch. Ich auch. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Kann ich. Nein. Oh, Mann. Falsche Taste. Ich bin tot. Ich auch. Das war's. Scheiße. Junge, Junge. Ja, aber es geht ja von dem Checkpoint weiter. Ja. Alter. Okay. Und weiter geht's. Nochmal. Kommandos. Ich schickt Ihnen den Plan des Funkturms. Voraus sollten Sie zwei Eingänge sehen. Die Tangos haben Barrikaden auf dem Platz davor errichtet. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Die Jungs stecken in der Klemme. Wir haben sie, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Ach, doch. Tankos. Okay, der ist down. Der ist auch down. Der ist auch down. Fuck, 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 fuck. Alter. Mach einen. Da kommt einer angerannt. Okay, der ist down. Der hinteren. Komm schon. Da kommt zwei. Einen habe ich. Schmeißen Granaten. Nach links hinten habe ich keine Sicht. Ah, schon wieder. Ich war doch gut in Deckung. Was soll der Scheiß? Ab ihn. Ab den anderen. Sehr gut. Da ist noch einer. Ab ihn. Okay, bin wieder da. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich bin wieder da. Komm schon raus. Komm raus. Komm. Ab ihn. Da kommt noch mehr. Okay. Ah, super. Novak ist am Boden. Ja, den habe ich erschossen. Gott, das. Friendly Fire, Arno. Voll erschrocken. Ja. Was ist das? Wollt er den wieder hoch? Ja, nein. Er fliegt ihn doch zusammen. Ja, jetzt. Nein, macht's. Okay, alles da. Ich muss die Waffe wechseln. Ich habe keine Munition. Warte, ich höre Stimmen. Warte, ich höre Stimmen. Okay. Pass auf, pass auf. Scheiße, scheiße. Da ist auch einer. Die Seite ist auch einer. Ach, ach, scheiße. Hab ich den Weg? Negativ. Ich glaube, ich habe welche in die Luft gejagt. Wir sehen nichts mehr wegen dem Rauch. Noch einer. Komm schon, komm schon. Hab ihn. Oh, was? Wer denn? Ja, da ist einer mit der... Links, habe ich gesagt. Eine Schrotze. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ich bin down. Alter, ist das schwer. Das ist gerade mal das erste Level. Geil. Krasser Scheiß. Ich glaube, wir müssen Spiele sein. Okay. Checken um die Ecke. Ich check den Hintereingang. Hier ist clear. Hier ist auch alles sauber. Okay, weiter. Clear. Okay. Weiter vor. Sauber. Okay, er ist nicht mehr sauber. Oh, Kopfschaden. Wer kommt mit? Ich bin dabei. Ja, ja, dann kommt er. Kommt nur mit. Bin auf der anderen Seite. Kommt da, Drecksack. Okay, ist down. Dann verabschiedet. Dann verabschiedet. Schritte. Okay. Das Ding muss entschärft werden. Los, los. Logan, ich brauche dich als Wache. Ich mach da mal weiter. Keine Sorge, du wirst gedeckt. Okay. Hast du ihn geschickt? Ja, ja. Wo bleibt er denn? Ja, wahrscheinlich muss er erst noch überlegen, wie er hier reinkommt. Okay, der eine, das kommt der andere. Dicker, komm jetzt rein, du. Beeil dich. Ich nehm die Tür rechts. Da kommen welche raus. Oh nein. Das sind welche. Oh. Die sind unten, nicht oben. Unten. Ja, und oben. Oh. Novak ist am Boden. Oder Novak ist am Boden. Bleib am Leben. Ich bin tot. Okay. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Da kommen unsere Jungs. Okay. Glück gehabt. Ich weiß, aber das ist heiß. Die NSA glaubt, es könnten bereits chemische Waffen im Herzen von Vegas sein. Oh Gott. Logan ist auf einer Mission in Mexiko. Dort baut sich was zusammen, was bald nach Norden kommen könnte. Deputy Director Lawrence von der NSA überwacht diese Mission, aber bedenken Sie, Rainbows Job ist es, Zivilisten zu schützen. Verstanden. Gentlemen, wir haben eine dedikate Situation hier. Wir haben Waffenkomponenten verfolgt, darunter auch chemische, von Mexiko bis hierher. Entschuldigen Sie, aber näher kommen wir nicht dran. Wir wollen Sie nicht aufscheuchen. Ich fahre fort, wenn Sie gelandet sind. Okay. Alles klar. Abseilen. Dann mal los. Gut. Schalldämpfer aufsetzen. Und los geht's. Erstmal ungesehen bleiben. Schauen wir mal, ob ich auf meine anderen Waffe auch ein Schalli draufhabe. Negativ. Das mache ich drauf. Cabrero. Coyotes. Menschenschmuggler. Wir wissen nicht, was sie mit Chemiewaffen wollen. Die Cabreros sind nur an Geld interessiert, nicht an Politik. Warum kallt sich die NSA nicht darum? Unser erster Kind wurde erwischt. Aber wir haben noch einen undercover vor Ort. Sein Job ist es zu bestätigen, dass sich Waffen im Cabrero-Lagerhaus befinden. Ihrer ist es in diesem Fall einzuschreiten. Geh langsam vor. Geh langsam vor. In Position. Wir haben kaum Übersicht hier. Ich gebe Deckung. Los, los, los. Oh, da ist einer. Ich bin auf der anderen Seite. Einer ist da. Okay. Auf dem Dach ist einer. Ja, ich sehe ihn. Erledigt. Weiter. Da habe ich ein bisschen die Wand angemalt. Du bist einer. Bewegung. Doch, ein nettes Rot. Hier geht es rein? Zinnoberrot. Bei dir geht es auch rein, gell? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Wo gehen wir... Oh. Wir müssen aber da lang. Okay. So bei mir weiterkommen. Das... Das... Die Frage ist, ist das jetzt der direkte Weg und hier haben wir irgendwie einen indirekten? Könnte es sein. Keine Ahnung. Gang ist auf jeden Fall sauber. Okay. Heilung. Rücke vor. Neville ist jetzt da. Ich schweiße eine Überwachungskamera und den Ton von seinem Mikrofon ein. Zwei Mann. Miguel. Komm. Wir gehen spazieren. Ich sehe zwei Stück. Eins. Zwei. Copy. Den rechten kann ich nehmen. Gut, ich nehme links. Bereit? Und los, los, los. Ach, komm schon. Nein, nein. Wir müssen abzählen. Das hat keinen Wert. Das hätte simultan folgen sollen. Haben. Okay. Das hätte trotzdem simultan folgen sollen. Äh, warst du es nicht? Wir müssen runterzählen. Nein. Okay. Kann ich nichts sehen? Nichts außer die Leichen hier. Okay. Weiter. War ein Lagerraum oder sowas. Du hast auf das Bier geschossen. Deswegen. Was, ich habe auf das Bier geschossen? Ja, hinter dir ist Bier. Okay. Aber ich habe mal einen getroffen. Den rechten. Hast du es nicht gerade gehört? Wie es geklirrt hat. Ach so. Das hier. Jetzt können wir nicht mal mit einem Bier trinken, Mensch. Okay, weiter. Langsam, langsam. Ich höre was, ja. Deck geradeaus. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Checken wir mal draußen. Können wir durch das Fenster schießen. So wie die nette Lady gesagt hat. Ja. Aber erst checken, ob hier einer ist. Da ist einer. Stopp. Kriegst du den? Ja. Down. Sehr schön. Jetzt die Fenster checken. Okay. Ja, wenn die Fenster nicht so backen würden bei mir. Jetzt. Oh, Alter. Bei der Stückkammer. Oh, Alter. Wie das backt. Okay. Ich glaube, so ist besser. Nein, es backt noch immer, Alter. Jetzt. Hier, bei mir ist das Fenster offen. Wir müssen durch ein offenes Fenster schießen. Scheiße. Kein Sichtfeld. Scheiße. Die haben uns. Verdammt, sie haben mich gesehen. Ja, ja. Die haben uns. Down. Okay. Okay. Der hat das Fenster vorher zerschlagen, bevor er durchschießt. Okay. Los. Bewegung. Wo bist denn du rein? Ja, einfach reingesprungen. Wie bin ich rein? Das ging bei dem anderen nicht. Vorsicht, oben, oben. Was? Hab ihn. Hab ihn. Wow. Wie hast du den denn sehen können, bitte? Äh, ich war noch hinten am Fenster. Die wissen, dass wir da sind. Scheiße. Ach du Kacke, Alter. Wow, 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 wow. Wie viele? Alter, richtig viele. Auffassen nicht, ich. Oh. Musste. Der hat auch nicht geschossen. Ja, die haben wissen jetzt, wo wir sind. Was? Ach komm. Ich treff die nie. Die treffen immer nur mich. Pass auf. Ja. Fuck, 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 fuck. Lass sie kommen, lass sie kommen. Bleib in cover. Bleib in cover. Ich hab gute Sicht von hier. Wo sind die? Rechts, links? Warte. Ah, ich kann ihn nicht markieren. Doch, da. Ah, zu spät. Ja, okay. Ich seh den von hier aus nicht. Da ist er. Da hinten ist einer. Fuck, kommen wir denn nicht von der anderen Seite rein? Fuck, 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 fuck. Was ist mit dem hier? Wir müssen raus. Moment, Moment. Nicht ins Sichtfeld laufen jetzt. Weg. Was? Kann nicht sein. Kann das sein, dass die uns umlaufen? Sie sagen mir, dass es nicht ist, wonach es aussieht. Wir zahlen dir gutes Geld. Und du tauchst dir auf ohne die Ware? Das Zeug kann man nicht so einfach mit sich herumtragen. Die wollen uns umlaufen. Los, los, los. Geh weg da, geh weg da. Die sind oben, die sind oben, oben, oben. Ich glaube, ich habe ihn. Solche Drecksäcke, wie sind die denn hier hochgekommen? Die Treppen. Nein, die Leiter. Oder die Leiter. Ich habe da hinten nur die Treppen gesehen. Ich höre da noch einen. Ja. Ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Warte. Check, ob hier oben noch einer ist. Ne, hier oben ist keiner mehr. Wir müssen sowieso die Treppen hoch. In Bewegung. In Bewegung. Rücke vor. Okay, unsere Mann sind da. In Bewegung. Okay.